Präsentation Nummer 2 zu den Kippstufen, jetzt die A-stabile Kippstufe an der 9 Volt Spannungsversorgung. Hier haben wir den Aufbau, wir haben den Widerstand R1, den Widerstand RB2, den Widerstand RB1 und RB2, hier den Widerstand R2, zwei LEDs, die jeweils den Widerstand R1 und R2 haben, Kondensator 1 und Kondensator 2, beides sind Elektrolytkondensatoren, in dem Fall hier, dann den Transistor 1 und Transistor 2. Gut, erster Schritt, aufgrund von Bauteiltoleranzen schaltet zuerst der Transistor 1 durch. Die Kollektor-Emitterstrecke von T1 ist dadurch niederohmig und nur 0,2 Volt Sättigungsspannung fallen hier ab. Dadurch fällt die meiste Spannung eben hier an Widerstand R1 und LED 1 ab und die LED kann leuchten. Der Kondensator 1 und die Basis-Emitterstrecke von Transistor 2 sind parallel geschaltet. Kondensator 1 lädt sich eben langsam von rechts nach links auf durch den RB1 hier und der parallel geschaltete Basis-Emitterstrecke ergibt sich noch nicht genug Spannung und er sperrt eben. Gut, da T2, also Transistor 2, sperrt, ist die Kollektor-Emitterstrecke hochohmig und hieran fällt dann die meiste Spannung ab. Für die LED 2 reicht es nicht und die kann eben nicht leuchten. Parallel zur Kollektor-Emitterstrecke von Transistor 2 sind Kondensator 2 und die Basis-Emitterstrecke vom Transistor 1 geschaltet. Der Kondensator 2 lädt sich durch R2 von rechts nach links eben auf. Gut, und dadurch kann eben T1 durchschalten. Das ist jetzt dann der A-stabile Zustand 1. Nachdem C2 hier komplett geladen ist, wird er hochohmig und der Transistor 1 kann weiter durch RB2 durchgeschaltet werden. Jetzt kommen wir zum ersten Kippen. Ab hier beginnt dann sozusagen der Endlos-Zyklus. C1 ist nun von rechts nach links auf 0,8 Volt aufgeladen. Parallel dazu geschaltet ist ja die Basis-Emitterstrecke von Transistor 2 und hier liegen dann eben auch 0,8 Volt an. Die reichen aus, um diesen durchzuschalten. T2 schaltet also durch und jetzt kippt sozusagen die Schaltung. Jetzt kommt A-stabiler Zustand 2. Wie gesagt, Transistor 2 schaltet durch. Die Kollektor-Emitterstrecke wird niederohmig dadurch. Das bedeutet, dass die meiste Spannungen hier an Widerstand 2 und LED 2 abfallen und LED 2 kann eben leuchten dadurch. C2 beginnt sich, war jetzt gerade hochohmig, jetzt beginnt er sich eben von links nach rechts zu entladen. Dadurch haben wir hier ein negatives Potenzial. Und der parallel dazu geschaltete Transistor 1, die Basis-Emitterstrecke, dort liegt eben auch das negative Potenzial an. Das heißt hier lang und Transistor 1 muss eben sperren. Dadurch, dass Transistor 1 sperrt, wird die Kollektor-Emitterstrecke hochohmig und die meiste Spannung fällt an ihm ab. Das heißt, die LED 1 kann nicht mehr leuchten. Und parallel zu der Kollektor-Emitterstrecke von Transistor 1 liegen eben hier in Reihe geschaltet der Kondensator 1 und die Basis-Emitterstrecke von Transistor 2. C1 lädt sich also zunächst von links nach rechts, entlädt, Entschuldigung, entlädt sich erstmal von links nach rechts. Und dann jetzt lädt er sich von rechts nach links bis auf die 8,2 Volt wieder. T2, also Transistor 2 Basis, wird mit Durchschalten mit 0,8 Volt versorgt. Nachdem hier der C1 sich komplett geladen hat in die Richtung, wird auch der wieder hochohmig, sieht man hier. Und T2 wird nun durch den RB1 hier weiter aufrechterhalten durchgeschaltet. Nachdem sich C2 hier auf der rechten Seite komplett entladen hat, beginnt er sich von rechts nach links zu laden. Also vorher war hier das negative Potenzial. Jetzt beginnt er sich in diese Richtung zu laden. Und dadurch ist eben das negative Potenzial weg. Und die parallel dazu geschaltete Basis von Transistor 1, Basis-Emitterstrecke, wird eben auch wieder ein positives Potenzial. Allerdings hat der Kondensator sich noch nicht auf 0,8 Volt aufgeladen. Das reicht noch nicht, um den Transistor 1 durchzuschalten. Jetzt allerdings hat der Kondensator 2 sich auf diese 0,8 Volt von links nach rechts aufgeladen. Das bedeutet, dass auch an der Basis von Transistor 1 0,8 Volt anliegen und dieser kann somit durchschalten. Jetzt schaltet Transistor 1 durch wieder mal. Dadurch wird wieder die Kollektor-Emitterstrecke von Transistor 1 niederohmig. Das bedeutet, dass die meiste Spannung wieder hier oben abfällt und die LED 1 eben leuchten kann. Der Kondensator 1 beginnt sich von rechts nach links zu entladen. Parallel dazu, das heißt, wir haben hier das negative Potenzial. Parallel geschaltet ist die Basis-Emitterstrecke von Transistor 2, die entsprechend auch mit dem negativen Potenzial anliegt. Und Transistor 2 muss eben sperren. Da Transistor 2 sperrt, wird die Kollektor-Emitterstrecke hochohmig und die meiste Spannung fällt hier ab. Dadurch kann LED 2 und Widerstand 1 nicht mehr leuchten, weil eben die meiste Spannung hier unten abfällt und nicht mehr hier oben. Parallel zur Kollektor-Emitterstrecke von Transistor 2 liegen hier in Reihe geschaltet der Kondensator 2 und die Basis-Emitterstrecke von Transistor 1, wissen wir ja schon. Dieser entlädt sich also zunächst von rechts nach links. Entlädt wohlbemerkt. Und jetzt lädt er sich von rechts nach links eben wieder auf die 8,2 Volt auf. Und die Basis von Transistor 1 wird mit den 0,8 Volt zum Durchschalten versorgt. Das ist dann wieder der A-stabile Zustand 1. Nachdem Kondensator 2 komplett auf die 8,2 Volt geladen ist, wird er wieder hochohmig. Transistor 1 wird weiter durch den RB2 gehalten, geladen, durchgeschaltet. Und nachdem sich Kondensator 1 komplett entladen hat, beginnt er sich von rechts nach links zu laden. Das heißt, wir haben hier kein negatives Potenzial mehr, sondern ein positives. Entsprechend liegt auch hier die parallel geschaltete Basis-Emitterstrecke von Transistor 2 ein positives Potenzial an, ist aber noch nicht auf 0,8 Volt, sondern darunter reicht noch nicht zum Durchschalten. Jetzt kommt das Kippen wieder. Jetzt hat der C1 sich von rechts nach links auf 0,8 Volt aufgeladen. Entsprechend auch an der Basis von Transistor 2 liegen die 0,8 Volt an. Dieser schaltet in Folge eben durch. So, und jetzt geht es wieder weiter mit dem A-stabilen Zustand 2. Das gleiche, was wir gerade eben schon hatten und so immer weiter, weil wir keinen stabilen Zustand haben.